ARD Text im Auftrag von Funk Christoph hat uns alle terrorisiert Du hast Papa umgebracht? Er lebt Den Mord an Henning Winter konnten wir ihn dank der DNA-Analyse nachweisen Dazu kommt zwei Mordversuche Zwei? Das heißt, es ist wahr Du wolltest Tobias umbringen Das wollte ich nicht Das musste mir klären, Boris Das wollte ich nicht Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schlecht ich mich fühle Wieso? Für alles, was dir meine Familie angetan hat Bloß, weil du mit mir zusammen bist Dann leben wir in Ordnung Du hast recht Wenn ich dich nicht kennengelernt hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich gesund Aber dann hätte ich auch nie die Liebe meines Lebens getroffen Tobi Boris Du weißt, wie sehr ich ihn mag Und wie sehr ich mich gefreut habe, dass er ein Paar hat Das Ganze ist mir nur außer Kontrolle geraten Es ist alles deine Schuld Ich wollte es Christoph allen zahlen Ihm ein Verbrechen anheckt Das war ein dummer Zufall mit ihm Ein Unfall Ganz ruhig, ganz ruhig Was bist du nur für ein Mensch? Boris, siehst du das nicht? Es ist alles Christophs Schuld Nur seine Wir bringen es jetzt hier weg Los Das ist alles nichts Gegen ein Leben ohne dich Boris Seinfeld Ich liebe dich Mehr als alles andere Ob wir uns so gut auch mal verstehen, wenn wir alt und grau sind? Ja Also Moment mal, ich werde ganz sicher nicht alt und grau Ja, ich bleibe für immer hübsch und jung Achso Ja Und was ist das hier? Au! Was soll das sein? Ein graues Haar Du hast aber einen Knick in der Optik Das ist braun, ja? Achso Also du wirst nicht alt, sondern ich brauche einfach nur eine Brille Ja Man, ich war mir wirklich noch nie so sicher mit jemandem Und ich meine, das ist nicht selbstverständlich Er liebt mich ja trotz meines Handicaps Und deswegen verdient er auch den besten Antrag, den man sich nur vorstellen kann Ich werde die Karwendelhütte mieten Und alles ganz romantisch machen Weißt du, die Karwendelhütte hat nämlich eine ganz besondere Bedeutung für uns Wie mache ich ihm den Antrag? Ganz klassisch im Kniefall oder? Und wo überhaupt? Naja, es sollte ein Ort sein, der euch was bedeutet Der was mit eurer Geschichte zu tun hat Ist das nicht ein bisschen einfallslos? Keine Ballonfahrt, keine Videoleinwand im Stadion? Du magst doch gar keinen Fußball Ja, für Tobi würde ich mich auch an ein Stadion quälen No, und das ist wirklich die ganz große Liebe Aber es sollte ein Ort sein, der euch beiden was bedeutet Nur welcher? Ja, das musst du schon selber rausfinden Du willst Tobias einen Antrag machen? Ja, oder meinst du, das ist zu schnell? Es ist noch zu früh, oder? Nein, überhaupt nicht Ihr seid so ein süßes Paar Okay, wo willst du Tobias den Antrag machen? In der Karwendelhütte, da sind wir damals zusammengekommen Ich hoffe, die ist noch frei Ja, hallo Herr Sonnbichler, Tobias Erlinger hier Frage, wäre es möglich Die Karwendelhütte für heute Abend zu mieten? Ja, da haben's Glück Soll ich sie gleich für sie reservieren? Okay Willst du gar nicht wissen, was ich heute noch mache? Was machst du heute noch so? Nur einen Heiratsantrag Was? Ich habe gerade den Verlobungsring gekauft Oh, es ist toll Der sieht richtig schön aus Ich wusste gar nicht, dass du so viel Geschmack hast Ja, siehste mal Den Antrag mache ich dann ganz romantisch in der Karwendelhütte Mit allem drum und dran Na ja, gut, ich gehe vielleicht nicht auf die Knie, aber Ach, das wird gar nicht fehlen Ich drück dir die Daumen, dass alles gut geht Boris will Tobias einen Antrag machen Wann? Ja, heute In der Karwendelhütte Ist das nicht romantisch? Okay, das musst du Boris unbedingt ausreden Was? Wieso? Du wirst es nicht glauben, aber Tobias hat den gleichen Plan Exakt den gleichen Er will ihm auch einen Antrag machen Karwendelhütte, heute Nein Nein, doch Tobias Erlinger? Ich bin Zompichler Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll Jetzt sagen Sie nicht, ist es irgendwas mit der Karwendelhütte? Ja, es hat bereits eine Buchung gegeben Der Kollege hat nur vergessen, sie einzutragen Nee Weißt du, was mir gut tun würde? So ein bisschen rausgehen, frische Luft Hast du Lust auf den Spaziergang? Da können wir noch mal ganz in Ruhe über deinen Antrag reden Der Plan ist erst mal ins Wasser gefallen Was? Wieso? Na gut Nervensäge Ich komme mit Aber vorher gehe ich noch kurz meine Jacke holen Also auch wenn du so lange warten würdest Ähm, Tina? Was denn? Warum sind wir jetzt ausgerechnet an der Karwendelhütte? Was wolltest du denn jetzt mit mir besprechen? Ja, also Wegen Paul Ja, und was? Ja, ähm Ich Gleich Man, das ist echt anstrengend hier mit der Krücke Können wir nicht umdrehen? Weißt du, wir sind gleich da Wo? Wo? Da drin wartet eine Überraschung auf euch Auf euch? Tina Ja Du wolltest zur Hütte? Den Rest musst du selbst erledigen Viel Glück Toi, toi, toi Was machst du denn hier? Beide Ahnung Du? Du? Wow. Das ist richtig Mühe gegeben, was? Wolltest du auch die Hütte mieten? Ja. Was heute für ein Tag ist. Welcher? Unsere sehr weine Hochzeit. Das glaube ich jetzt nicht. Du wolltest... Du... So wie er es allängert. Eigentlich wollte ich auf die Knie lehnen. Ja, ich nicht. Okay, dann lass ich's auch. Auf Augenhöhe ist eh viel besser. Ich hab meine Rede vergessen. Dann fang ich an. Ja. Du bist es immer noch. Was? Eine ganz große Liebe. Tobias Erdinger. Ja. Ich könnte mir niemanden vorstellen, bei dem mein Herz besser aufgehoben wäre als bei dir. Dort soll es für immer bleiben. Willst du mein Mann werden? Ich... Ich kann gar nicht in Worte fassen, was ich für dich empfinde. Aber ich will den Rest des Lebens mit dir verbringen. Willst du mein Mann werden? Ja, ich will. Ja. 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 Love